Musik 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 mal er hätte willkommen zu einer wiederum und zwar das gohepack dnc für 75 Euro nur als äh Donner verfügbar kommt am KFM 2021 raus also in 7 Tagen äh genau, wir gucken uns gleich mal an das ist jetzt nicht so krank Ich habe keine Fehler, also es ist keine Erdmaschine, das ist so ein häufiger, dass man so besorgen kann, zum Beispiel in der Aufsammlung. Die Däger waschiere, die Kamera, ähm, ich schätze mal so ein Vertier-Bahn, das ist die Anlage. Das war so eigentlich wie das erste, so man kann das hinter sich das abrichten und nicht rechtsseitig, genau. Wir gucken jetzt mal an, der, genau, von der Gleisung, 1.50 Arbeitsbreite, 2.50, genau, das ist einfach nur, weil da das Förder-Bahn sind, braucht das mehr PS, schätze ich mal. Und ja, das ist, ist das weiter? Nein. Oh genau, alles, dann löse ich nicht, das ist logisch, so, das ist ja jetzt gleich mal schon, wir verlieren, meiner Meinung nach. Ja, ich bin schade, weil ich so mal da jetzt neue, wollte er, ja. Und so ein, so ein... so ein... so ein neues. Ja, 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 ja. So schön, ich weiß nicht, wie, das ist so. 2 Kipper einer 90.000 oder 100.000 Liter, was ist mit Doomen, die schmeckt sehr geil eigentlich. 2 neue Pflanzleckmaschinen, das sind von Tertito und Deckdaten, so ist vielleicht ungefähr, aber die können nur ausbildlich sein, und die Sets werden noch dünn, wenn ich den Tank vorne kriege. Und dann haben wir die Sets und Summit, oder? Und nicht so weit. Dann haben wir einmal 3 Spiegel dabei, GH2, dann haben wir 50.000, 3.5 PS, dann haben wir den GH4 mit 25.000, 3.5 PS, und GH8 mit 6.000, 3.5 PS, die Sortiermaschine, schätze ich mal, da oben, hier haben wir die Förderpanzleute, die reinkommen, hier sind zwei Küsten, da kommt die kleine Kartoffel raus, oder so in der Art schätze ich es mal, ähm, das weiß ich echt nicht, was es ist, ähm, PS 511, das weiß ich was es ist, hab ich vielleicht schon nachgegoogled, da sitzt halt echt auch wirklich ein Mensch drauf, und ich freue mich ein bisschen, ähm, im Game kann man jetzt vielleicht auch einsteigen, aber ist halt nicht realistisch so, und da kannst du halt wirklich auch, du hast wirklich auch, wow, das weiß ich auch, das ist halt so late, und ja, das war's für den PC, äh, gerade eine Kitzelmaschine, ich hab ausgerechnet, das ist ein bisschen so dran, ich kann dann vielleicht ein Pro-Maschine, und da ist dann ein Pro-Maschine, ich bin so eine Chance für Frechbärte, ich finde es GLC ganz cool, außer dass wir wirklich, ja, kein, äh, das ist einfach toll, das ist einfach genau, auf keinen Fall, so was? ich bin schon einig, ein Verzeihund! das ist einfach ein Verzimmer, jetzt bist du ein Verzimmer, dass ich die Verzimmer aufs. im ganzen Fall, ne? nicht mehr Ja genau, weil ich werde noch etwas anderes machen. Ja, eigentlich ist alles durch, ich bin voll. Und dann, ich wünsche mir einen schönen Dienstag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, allrein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ja, allrein. Ciao. Also, tb. Bis zum nächsten Mal.